willkommen in den hoppenklötzchenscheune mein name ist block sound ja freunde habt ihr dieses prächtige teil im intro gesehen das bauen wir heute das kobe z 2285 das sturm geschützt drei in der ausführung g in der executive edition zwei in eins denn wir bauen hier das fahrzeug was ihr gerade gesehen habt nach repariert und gefunden vom tank hunter team aus polen warum weshalb wieso klären wir im verlauf dieses videos wir wollen aber erst mal klären was diese 598 steinchen im mahlstab 1 35 uns hier so alles zu bieten haben deswegen kommt mir jetzt auf den bautisch freunde dann hatten wir hier unseren tank da liegt sie unsere executive edition das kobe z 2285 aus der historik collection world war 2598 steinchen und zwei minifiguren unser sturm geschützt drei ausführungen g in der 2 und 1 version denn wir können das fahrzeug einmal mit schürzen ohne bauen und natürlich haben wir hier unser tank hunter team und ich habe euch gesagt hier kann man es sehen marschstab 1 35 leider ist der karton etwas kaputt schauen wir uns die rückseite an da sehen wir das fahrzeug vom intro noch einmal das ganze fahrzeug wird 21 zentimeter lang und 11 zentimeter hoch je nach geschützt wir können die luken und die motorklappen öffnen und hier haben wir unsere beiden figurchen unsere vorbilder die realen matteos der link und britschmeck gut liebe polnisch sprechenden menschen seht mir nach ich verlinke euch den youtube kanal unten in der video beschreibung die fakten die bekommt ihr natürlich und hier das was ich euch noch anmerken möchte das einzige sturm geschützt drei ausführungen g in polen was noch voll im einsatz ist wurde im frühling 1945 in einem fluss in polen gefunden und ich finde wir wollen jetzt auch wissen und finden was sich hier an klemmbausteine in diesem set verbirgt deswegen gehen wir jetzt mal hier auf panzersuche ja freunde nicht in einem fluss sondern auf dem bautisch unsere steinchen tüte 1 tüte 2 und tüte 3 mit einem niedrigen einmal zweier stein da hat die qualitätssicherung wohl gut aufgepasst hier haben wir unsere anleitung hier sehen wir auch sogar ein originalfoto der beiden jungs wie gesagt alle infos zu den herrschaften einfach unterhalb der video beschreibung ab acht jahren ist das set klammer gebunden ist die anleitung die nach 4 und natürlich haben wir hier alles drucke keine sticker die exekutive edition schauen wir uns mal an wir packen mal die beiden tüten hier wie die drei tüten an die seite wir fangen mit an mit der tüte 1 zu bauen reißen die auf machen uns häufchen oder schädchen oder wie auch immer bauen dann drauf los geht los beim bauschritt 1 der ist farblich beim bauschritt 2 ist der erste schritt schon wieder ausgegraut oder ausgeblaut je nachdem jemand nennen möchte die kästchen weisen uns die steine die wir brauchen und feile weisen uns den weg wir haben anlegehilfen und auch solche kleinen dreh pfeile damit wir wissen dass wir das fahrzeug drehen müssen kobe hat keine seitenzahlen sondern nur bauschritte und wir sehen dass wir mit den bauschritt 73 dann mit tüte 2 fertig sind wir haben hier einige drucke da freue ich mich drauf und wir sehen hier die variante einmal mit schütz und einmal ohne auf den letzten seiten dann seit neuesten hier eingekastelt die minifiguren wir zusammenbauen und die steine die im set verbaut sind sollte euch ein stein fehlen einfach hier monieren und es gibt eine karte für kobe tabletop game freunde meine empfehlung zerschneidet aber nicht die anleitung kopiert zu euch lieber und hier haben wir ein bisschen werbung schatten oben auf dem i auf der playlist da seht ihr mich das ein oder andere kobe set was ich euch hier aus dieser werbung schon vorgestellt habe aber freunde lirum larum löffelstil wir wollen hier heute über die 2285 reden ich freue mich euch hier schöne fakten präsentieren zu dürfen und ihr freut euch doch bestimmt wenn ich das hätte jetzt für euch klemme oder freunde also viel spaß bei den fakten und mir beim klemmen speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über das historische original über das sturm geschützt drei in der ausführung g das sturm geschützt drei ausführung g auch als stück 3g abgekürzt markierte eine bedeutende evolution in der reihe der deutschen sturm geschütze während des zweiten weltkriegs mit einer bemerkenswerten kombination aus feuerkraft mobilität und robustheit erwies es sich als entscheidendes instrument auf dem schlachtfeld besprechen wir ein wenig die technischen spezifikationen das sturm geschützt 3g verfügte über eine besatzung von vier bis fünf mann darunter ein fahrer ein rechtschütze ein ladeschütze und ein kommandant die hauptbewaffnung bestand aus einer 7,5 cm stück 40 l schräge 48 kanone die sowohl panzer abwehrgranaten als auch sprenggeschosse verschießen konnte die kanone hatte eine effektive reichweite von bis zu 2000 metern und konnte panzerungen feindlicher fahrzeuge durchdringen die frontpanzerung des stück 3g erreichte eine dicke von bis zu 80 millimetern was eine solide schutzwirkung gegen feindliche angriffe bord die seiten und heckpanzerung waren jedoch dünner wodurch das fahrzeug anfälliger für seitliche angriffe wurde später bekamen die fahrzeuge die heckschürzen die ich hier bei diesem kubi set auch anbringen kann das stück 3g wurde von einem maybach hl 120 trm v12 benzinmotor angetrieben der eine leistung von etwa 290 bis 300 ps hatte die ermöglichte dem fahrzeug eine höchstgeschwindigkeit von ungefähr 40 km h auf straßen und eine reichweite von etwa 210 kilometer das sturm schutz 3g zeigte sich durch sein niedriges profil aus was es zu einem ausgezeichneten verteidigungsfahrzeug machte diese bauweise ermöglichte es sich effektiv im gelände und entdeckung zu verbergen was die entdeckung und bekämpfung erschwert im gegensatz zu anderen panzerfahrzeugen wurde das stück 3g hauptsächlich für die direkte unterstützung der infanterie und zur panzerabwehr entwickelt es war weniger darauf ausgerichtet an offensiven panzerschlachten teilzunehmen sondern vielmehr darauf feindliche panzer zu bekämpfen und unterstützende aufgaben in urbanen und beweglichen schlachten zu übernehmen das stück 3g war äußerst vielseitig einsetzbar es konnte als mobile artillerieunterstützung eingesetzt werden um feindliche stellungen zu bekämpfen oder als mobile panzerabwehreinheit um panzerverbände abzuwehren die produktion des stück 3g erreichte ihren höhepunkt im jahr 1943 als die deutschen streitkräfte eine breite palette von panzerfahrzeugen benötigten um den vorrückenden alliierten stand zu halten insgesamt wurden etwa 7720 stück 3g einheiten hergestellt diese beeindruckende produktionszahl unterstreicht die zentrale rolle des fahrzeugs in der deutschen kriegsführung die produktionsstandorte des stück 3g umfassten mehrere deutsche werke darunter die allkett werke in berlin die miag in braunschweig und die sturmgeschütz abteilung 201 in langen diese werke spielten eine entscheidende rolle bei der massenproduktion dieser bedeutenden panzerwaffe das stück 3g wurde ab 1942 während des zweiten weltkrieges eingesetzt und erwies sich als äußerst vielseitig und effektiv auf dem schlachtfeld es spielte eine schlüsselrolle in zahlreichen schlachten darunter die schlachten von stalingrad kursk und die ardennenoffensive obwohl das stück 3g im laufe des krieges durch fortschrittliche panzer modelle ersetzt wurde blieb es eine wichtige komponente der deutschen panzerabwehrkräfte bis zum kriegsende zusammenfassend kann man sagen dass das sturmgeschütz 3 in der ausführung g nicht nur eine bedeutsame waffe war sondern auch ein beispiel für die anpassungsfähigkeit und wirksamkeit deutscher panzer designs seine hohe produktionszahl gepaart mit seinen einzigartigen eigenschaften trug dazu bei dass es auf dem schlachtfeld vielseitig eingesetzt werden konnte und eine entscheidende rolle in verschiedenen phasen des zweiten weltkriegs für die deutsche wehrmacht spielte ja freunde das waren doch mal ein paar interessante fakten zu unserem stück interessant wird es aber jetzt auch was kobe uns hier zu bieten hat deswegen jetzt viel spaß beim klemmbaustein review eine stunde und 40 minuten hat es gedauert bis unser sturmgeschütz 3 in der ausführung g das kobe set 2285 aus der historik collection world war two in der executive edition hier auf dem bautisch steht das fahrzeug ja original ein mittlerweile polnisches in einem fluss gefunden wird ja betrieben von dem tank hunter team youtube kanal natürlich unten in der video beschreibung und bevor ich auf das alles eingehe z und so weiter noch die anleitung schauen wir uns mal die beiden figuren an ich habe nämlich extra die namen aufgeschrieben auch in lautschrift damit es euch richtig vorlesen kann wir haben hier nämlich matthäusch dilling und cemic buddich und das sind die beiden betreiber des kanals und ich muss möglich dass cemic einmal in lautschrift aufsprechen ich weiß der heilen oder andere pole schaut er hier zu und deswegen wollte ich mir ein bisschen mühe geben schauen wir uns die figuren an natürlich wie immer gibt es die figuren auch rechts in groß und hier sehen wir schon das tank hunter team und natürlich wie es sich gehört mit kamera hier mit bart und brille braune hose schwarze schwarze schuhe und hinten kapuzen rudy mit tank hunter team diese tank hunter team finde ich eigentlich ziemlich cool es ist schön so zivile figuren dabei zu haben und vor allem ja youtube kollegen und dann kommen wir zu anderen figuren die interessant ist weil sie ja so ein metall detektor dabei hat deswegen ja auch mit bedruckter einmal einsatz fließen mit diesem stab in diesem teil das wir kennen als zum beispiel verstrebungen für tragflächen bei flugzeugen aus dem ersten weltkrieg hat kobe hier gut umgesetzt auch schön die gesichter getroffen ihr müsst mal gucken auf den youtube kanal da seht ihr genau dass die jungs so quasi ihre uniform haben nämlich der eine trägt immer so eine tarnhose mit diesen typischen army boots und der andere halt nicht so und auch hier die rückseite schön bedruckt und man sieht auch hinten schön hier kurz geschorenen nacken also zwei schöne minifiguren und ich finde es vor allem cool dass wir hier so eine zweimal zweier jumper haben für die figuren also ich sage es ja immer wieder kobe macht das gerne für sets die irgendwie polnischen bezug haben ich möchte aber immer mehr haben dass wir solche jumper plates für figuren kriegen bleiben wir gleich mal bei drucken weil die figuren man ja schön bedruckt dann haben wir hier unser bedrucktes typen schild hier beziehungsweise unseren einmal vierer slope hier sturm schützt drei ausführung g das ist erst mal soweit dazu und dass wir natürlich auch noch ein paar steinchen über haben viel kleinste teile also so stäbe wir haben keine bügel perlen dafür aber diese kleinen deckelchen und die sind ganz wichtig hier komme ich nachher noch mal dazu hält stellt scharf genau denn hier haben wir einmal kobe drauf stehen oder anderen seite das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut ich versuche mal scharf zu stellen da ist so ein dollar zeichen drauf und das verbaut ihr nachher im fahrzeug und dann würde ich darauf achten freunde dass ihr kobe da stehen habt weil ich finde die komische mannach ein deutscher panzer baut dieses kleine plätchen diesen ja wahrscheinlich wird dieses diese form halt auch für geldstücke bei kobe benutzt und wenn man dann oben so ein dollar zeichen drauf hat das ein bisschen blöd aus ja kommen wir zum fahrzeug wie gesagt eine stunde 40 und ich muss sagen ich finde irgendwie ist dieses fahrzeug so ein bisschen so schnell schuss glaube ich weil ich habe ziemlich viele spalten maße ich finde auch dass die anguss punkte hier sehr markant sind und das verzieht sich auch und ich habe auch ein problem zum ersten mal so ein bisschen mit einer anleitung weil ich finde sie bisschen wir und das hat vielleicht damit zu tun dass ich vielleicht schon zu viele kobe anleitung gesehen habe aber ich baue mal hier von oben nach unten und dann baue ich hier wieder von unten nach oben und da habe ich so ein bisschen meine probleme mit gehabt das zu erkennen erst mal auch dass ich hier quasi einmal das baue und das baue hier wird sie hat angedeutet aber dass dann jetzt das habe ich auf den ersten blick hat nicht erkannt was aber eigentlich auch ganz gut ist denn so hält es ein ja wach und wird auch nicht langweilig aber ja ich fand es halt auf den ersten blick habe ich ganz oft gedacht so mag aber auch an mir liegen weil immer dieses mal so mal so mal so wie gesagt hält wach aber ich fand es ein bisschen nervig es war mir nicht sofort klar und beim bauen wenn man so ein bisschen über die anleitung nachdenken muss ja dann macht es nicht so spaß aber geht vielleicht mir nur so also vielleicht ist auch eine logik dahinter aber hier hat es mich ein bisschen genervt und ich sage euch auch gleich warum es mich genervt hat erstmal hier noch mal die beiden jungs hier auf dem foto hier vor ihrer bude was museum panchene heißt bestimmt panzer museum also da kenne ich sie zu wenig muss ich sagen ich folge zwar vielen kanälen die panzer museen und sowas aber die wenigsten kann ich also genau mit namen ich folge einem aus australien die folge natürlich den tank museum in bovington ich schaue ganz viel content was so die mail tracks angeht in oberlohn und zum beispiel auch master milo müssen mal gucken das ist ein holländisches paar also von youtuber die einen chinesischen panzer beziehungsweise an sowjetischen panzer aufgearbeitet haben und so weiter aber die kanal namen merke ich wieder nicht immer aber hier jetzt zum beispiel logischerweise habe ich es euch unten verlinkt habe ich ja gesagt ja kommen wir jetzt aber zum fahrzeug ich habe jetzt ja gerade schon ein bisschen geschimpft was cool ist natürlich es fährt super also lauffähig richtig gut also ein spiele panzer wenn ich nicht damit nicht nicht spielen würde ihr wisst was ich meine so man sieht jetzt hier vielleicht nicht so gut aber glaubt mir freunde bei den detail fotos werdet ihr sehen diese angust punkte finde ich die sind die springen ein so direkt ins auge hier unten auch und was mich halt auch stört ist irgendwie so ein bisschen die verarbeitungsqualität schaut mal hier also spaltmaß da unten das gefällt mir nicht also diesen stein habe ich auch erst gar nicht so reingekriegt ich weiß der muss eigentlich in der anleitung versetzt sein ich glaube da und der einmal zweier slope hier aber ich habe da gar nicht hinbekommen also der ist ein bisschen verbogen hier übrigens ist dieser dieser deckel da unten was ich gerade gesagt habe auch hier sieht man so ausgefranst ein bisschen an diesem kanonrohr teil das plastik das gefällt mir echt nicht also und hier überall diese anguss punkte so ein bisschen mal abgesehen davon dass dieses fahrzeug sich verzieht komme ich aber gleich so bis heute man sieht es jetzt eh schon da unten vielleicht seht ihr da auch spalten masse da also durch dieses eigentlich coole bauen hier unten weil man baut ja versetzt man baut mit diesen schmalen plates also mit diesen brackets den großen von kobe hier aber ihr seht auch hier schon es ist nicht ganz also man kann es vielleicht ein bisschen ja ganz ein bisschen erkennen also ihr hört es vielleicht ich habe es nicht so viele fingernägel aber das ist also die steine wirken aus einer anderen charge anders als ich von kobe irgendwie kennen und auch hier haben wir wieder halt diesen spaltmaß hier dieser stein passt null zu denen es kommt wahrscheinlich durch das baum mit diesen brackets mit diesen sehr schmalen kobe stein dann diesen plates oder drauf noppen und durch das auch versetzte bauen weil diese räder hier sind ja immer ein auch darunter vielleicht kommt das in dieser verzugte rein also ihr seht es hier in der in der wanne da habe ich versucht was geht aber ich krieg es kaum zu also das presst sich so ein bisschen hoch sonst das fahrwerk eigentlich cool gemacht auch der versetzte bau als monk wie ich einer bin das ganz gerne synchron hat ist nicht weiter schlimm weil ich mag ja eigentlich bei kobe dieses unsynchrone bauen sage ich mal eine auch gerne und gerade und das ist jetzt hier eine breite versetzt ist es nicht weiter schlimm weil es fällt gar nicht auf ganz gut hat auch die graue kette gefällt mir auch gut und sonst auch die wuchtigkeit hier von vorne den see schlitz auch schön hier periskop und auch hier natürlich dass wir ein deckel haben also eine luke von hinten sieht ein bisschen lustig aus wo wir dann lüftungslöcher haben aber egal dann habe ich hier noch eine klappe die auch schön bedruckt ist also die drucker sind eh alle cool an diesem set man muss nur aufpassen dass man das mg zur seite macht damit man überhaupt da was machen kann und ob eine figur einpasst weiß ich gar nicht sonst aber wirklich hier schön bedruckt da auch schön bedruckt da die klappen die natürlich nur drucker sind also an großen teil hier das balkenkreuz schön bedruckt auch hier schön werkzeug dran da und highlight auch natürlich hier wieder ein druck dass wir hier diese klappen auch bedruckt haben und auch getrennt auf machen können für den motor der woher rankommen der gebaut ist schön hier unser maybach können wir nicht rausnehmen aber auch da zum beispiel ihr seht vielleicht auf dem großen bolzen unter der stange das ist ein einmal einser stein der an der seite noch eine noppe hat und da machen wir so ein einmal einser stud drauf auch im metallic der aber eigentlich schräg liegt weil er von unten noppe hat und somit eigentlich ganz gar nicht drauf liegen kann ganz gerade also der ist ein bisschen nach oben gebogen der stein und dass das kubi einfach so durch winkt hält alles gut aber in der anleitung da geht es natürlich alles super und hier geht es halt nicht so super trotzdem das metallic finde ich ganz cool und auch die schlieren auf dem plastik wo hat mir jetzt ja neulich einer von euch erklärt dass es normal ist und so weiter alles gut nehme ich hin fertig von hinten auch schön geworden das fahrzeug auch hier unten vor allen dingen die details hier bin der es und fan dieser dreieckigen steine von kobe wie die geworden sind und dann hier auch wieder schön das fahrwerk schön diese kleinen räder aber ihr seht auch da wieder hier diese ja dieses sich auseinander drückt das gefällt mir nicht was natürlich cool ist an diesem fahrzeug ist dieses erbsen tan grün das habe ich euch gesagt so kamera schalt mal scharf auf meine hand genau das ist so schön läuft und dass wir hier diese tollen schützen haben also deswegen dieses 2 in 1 set und natürlich farbabweichung zum druck also zu dem druck zum braun und zum grün ist natürlich vorhanden dafür sind die bautechnik aber ganz cool und ja ich es geht trotzdem mit d'accord auch wenn die steine gerade hier auch so ein bisserl used wieder daher kommen also ihr seht vielleicht die schluren so das haben alle steine da weiß ich nicht warum kubi da so in letzter zeit so ein bisserl schlurt oder schludert so jetzt zeige ich euch noch kurz wie man das aufnobbt ganz einfach kurze slope oder wetsch nach vorne langes nach hinten hier haben wir die sie claims da haben wir abstand halter und dann kommt das hier einfach dran schräg natürlich so zack zack und das gleiche dann hier zack zack und schon haben wir hier unser sturm geschützt mit schürzen also sieht cool aus man muss danach noch ein bisschen aufpassen hier sieht das auch wieder bis sie gerade machen so weil die nicht so richtig verbunden sind aber es sieht gut aus und ihr wisst ihr oft ist das aussehen dann halt das wichtige und daher hier sieht er so ganz gut hält es nicht da muss man immer nach drücken aber nicht zu doll denn sonst drückt man durch so jetzt aber und es läuft das finde ich wirklich cool freunde scharf schalten und jetzt hier also er läuft wirklich gut ja jetzt habe ich ein bisschen viel gemeckert bin trotzdem zufrieden ich habe es noch nicht getestet ob das sturm geschützt zum beispiel auf den waggon der br 52 pasten auf unseren schwerlastwagen schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal es gibt auf jeden fall für euch jetzt detail bilder damit immer so ein bisschen das fühlen könnt was ich euch erzählt habe und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen ich besorge so einen anhänger waggon und dann schauen wir mal ob das fahrzeug da drauf passt liebe freunde ja freunde wie immer an dieser stelle bekommt ihr ein paar detail fotos um euch selber nochmal einen eindruck vom set zu verschaffen und ich muss auch sagen bin diesmal hier wieder auf die fotos zurückgegangen denn durch den motor und die aufbauten und auch die schürzen denke ich mal wäre es auf dem drehteller einfach verschwendet gewesen euch das sturm geschützt 3 ausführung gehe ich hier von kobe die 2285 zu präsentieren daher die bilder da seht ihr auch ganz gut die spaltmaße das was ich vorhin erwähnt habe und auch die anguss punkte es kann sein dass ich hier vielleicht ein b modell erwischt habe oder ich die steine diesmal wirklich so on front gebaut habe es gibt ja viele von euch die bauen die anguss punkte wirklich weg und ich habe vielleicht einfach wirklich die falschen steine gegriffen und falsch aufgesetzt deswegen vielleicht dieser eindruck von mir dass dieses modell zu hastig aus der produktion in den karton geworfen mir erscheint da könnt ihr gerne mal eure eindrücke wenn ihr das set 2285 habt auch gerne in die kommentare schreiben nichtsdestotrotz werde ich mir wahrscheinlich auch die 2286 bestellen das durmgeschützt 3 in der ausführung 11 schräger 8 bzw auch wieder 211 als flammpanzer bin ich mal gespannt das hat ja dann 536 steinchen kobe haut ja gerade eine ganze menge an sets raus und da wollte ich euch sowieso mal fragen habt ihr lust dass ich mal so ein reines kobe news video mache also über das was kommt über gerüchte über den katalog ich meine ich habe schon ein paar mal so katalog besprechung gemacht so streams aber hättet ihr mal lust dass ich wirklich die neuheiten vorstelle auch gerne mit preisen und so weiter und dann vielleicht daran auch noch die mocks die ich so gefunden habe beziehungsweise die freunde von mir designt haben schreibt gerne mal eure meinung dazu in die kommentare und wenn ihr da unten seid dürft ihr gerne zur unterstützung meines kanals meines projekts blogs da gerne noch mal euch die er findet links anschauen wenn ihr etwas kaufen wollt wenn nicht lasst es bleiben ihr wisst support ist kein mord und ihr sollt da kaufen wo ihr euch wohl fühlt aber über diese links unterstützt die hat mein projekt das war's freunde jetzt hier zu den detail fotos euch jetzt aber noch viel spaß bei meinen letzten worten ihr wisst was jetzt kommt das video ist so langsam zum ende gekommen aber eine sache habe ich euch gerade noch gesagt die testen wir noch nämlich ob auf der 6 284 auf unserem schweren plattform wagen unser kleine sturm geschützt auch platz hat denn beides ja im maßstab 1 zu 35 ich würde die schützen mal hier ab machen habe ich euch gezeigt wenn man sie ab macht gehen auch meistens gleich die sie klären mit ab und schaut mal freunde sieht doch gut aus ist hier quasi transportfähig passt also darauf endlich finde ich ein richtig gutes fahrzeug was wir auf diese waggons auf diesen schweren plattform wagen auf der 6 284 packen können video findet ihr übrigens oben auf dem i auf meiner kubi playlist ich habe euch gesagt ich finde dieses hat hat so ein paar irgendwie produktionsmängel irgendwie diese angusspunkte habe ich so noch nie so massiv gesehen und diese spalten maße ich weiß nicht vielleicht kam das hat zu früh raus vielleicht musste hier irgendwie was koordiniert wäre mit den jungs auf dem youtube-kanal keine ahnung ich weiß es nicht wobei ich auf dem youtube-kanal von denen noch nicht dieses set irgendwie gesehen habe aber vielleicht kommt das ja noch was ich aber cool finde ist dass kobe so eine kooperation macht weil das lässt mich ja träumen nur noch 80.000 abonnenten dann könnte ich vielleicht auch hier so ein set irgendwie quasi als minifigur auf hübschen was meint ihr kleiner spaß ich möchte eure meinung zum set gerne hören schreibt mir unten in die kommentare schaut doch gerne in der video beschreibung wie gesagt weil da gibt es die links zum tank hunter team und wo eben man dieses set noch so kaufen kann und 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 ihr kennt ja diese ganzen geschichten und wenn ihr dabei seid vergesst nicht den kanal zu abonnieren oder jemand anderem von mir hier aus meiner noppenklösschen scheune erzählen vielleicht gibt sie draußen ja auch noch den ein oder anderen anonymen kobe klemmer ich würde mich freuen in diesem sinne freunde habt eine schöne zeit auf wieder bauen euer freund der block star